Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal TheRedHood. Heute gibt es für euch endlich mal wieder ein Review und zwar zu Batman Curse of the White Knight beziehungsweise der Fluch des Weißen Ritters. Bevor wir aber mit dem Review richtig anfangen können, davor nochmal kurz ein großes, großes Dankeschön an die, wie soll ich sagen, letzten Wochen. Der Support von euch, sei es YouTube, Instagram oder sonst was, war wirklich phänomenal. Das sehe ich nicht nur an Views zahlen, Abonnentenzahlen, sondern untereinander wird viel mehr interagiert. Ich sehe mehr von euch, ihr mehr von mir und es macht wirklich mega viel Spaß, besonders über Instagram, halt kleine Unterhaltung mit euch. Deshalb an dieser Stelle einfach nochmal fetten, fetten Dank und an dieser Stelle auch danke für, momentan sind es glaube ich 360 Abonnenten. Jetzt fangen wir aber an mit dem Review und wie gewohnt fangen wir an mit der Story. Der Fluch des Weißen Ritters setzt direkt dort an, wo der erste Teil, der Weiße Ritter, aufgehört hat. Jack Napier bzw. der Joker kommt zurück ins Arkham Asylum und verfällt auch zurück in die Joker-Persona. Das heißt, es scheint erstmal so, als wäre Jack Napier verloren. In diesem Band haben wir es aber nicht nur mit Joker bzw. Napier zu tun, nein, die Beziehung zwischen Batman, dem GCPD ist immer noch leicht angespannt und als großer Aufhänger, wie man hier schon sehen kann, kriegen wir es mit Ezreal zu tun. Ich habe nochmal den Umschlag abgemacht, damit ihr es besser sehen könnt und holy shit, Ezreal ist wirklich die große Stärke dieses Bandes, der nicht einfach nur so eingeführt wird, sondern seine ganze Historie und seinen Hintergrund wirklich krass beleuchtet wird und auch so weit in die Geschichte von Batman und Gotham zurückgeht, dass es sich einfach wirklich gewaltig anfühlt. Denn in diesem Band geht es tatsächlich auch um, ja, quasi Kreuzzüge. Die ersten Reigns in Gotham genauso wie Arkham und die Entstehung, ja, quasi des Arkham Asylums. Wie gesagt, der ganze Band ist, wie gewohnt, auch beim ersten vollgestopft mit Plottwists und, ja, generellen Wendungen, die man so vielleicht nicht vorher sieht oder man eine Ahnung hat, was passieren könnte, sie aber nicht genauso wiedergeben konnte. Zumindest konnte ich das nicht, deshalb war dieser Band durchgehend für mich immer wieder überraschend und einfach nice. Um den Storyteil aber noch ein bisschen abzuschließen, auch Harley Quinn wird hier nicht in den Hintergrund gestellt und spielt hier immer noch eine wirklich große Rolle. Und ich bin immer noch der Ansicht, das ist so ziemlich die beste Harley Quinn, die ich bis jetzt je gelesen habe und ist für mich auch neben Batman wahrscheinlich der coolste Charakter in diesem, ja, Universum. Das war es aber zur Story, deshalb machen wir jetzt weiter mit Autor und Zeichner. Da das Ganze natürlich hier der zweite Band ist und wir den Autor und den Zeichner auch vom ersten kennen, nämlich Sean Murphy, kann ich jetzt nicht so viel Neues sagen. Aber ein wichtiger Hinweis ist, Sean Murphy hat sich hier meiner Meinung nach nur gesteigert. Die Storystränge werden verzwickter, ohne dass sie komplizierter werden oder unverständlich. Denn ich muss tatsächlich sagen, man könnte der Story wirklich gut folgen. Klar, man hat jetzt nicht direkt den Überblick über alles gehabt, aber das war natürlich Teil davon. Denn im Verlauf der Story, der Band ist auch relativ dick, beziehungsweise relativ lang. Ja, passiert so viel und es gibt nochmal so viele Wendungen, dass Sean Murphy das Ganze einfach richtig geschafft hat, ordentlich aufzubauen, Spannung aufzubauen und ja, einfach auch Spaß zu haben. Zu den Zeichnungen deshalb auch noch mal ein kurzes Wort. Beim Positiven kommen wir noch mal ein bisschen krasser dazu. Auch hier wieder alles gezeichnet von Sean Murphy selbst. Und was soll ich sagen, ich bin so überzeugt von diesem Mann, dass ich mir jetzt auch mittlerweile noch andere Comics geholt habe, wo er der Zeichner ist. Ich finde, die Zeichnungen passen so gut zu Batman, zu Düsteren, aber auch zu richtig schönen Augenblicken. In einem anderen Video, wo Sean Murphy auch der Zeichner ist, kommen wir vielleicht noch mal näher darauf. Ich kann nur zusammenfassend sagen, dass auch hier die Zeichnungen von Sean Murphy einfach super passend sind und auch die Kolorierung der Wahnsinn ist. Die Farben sind genauso, wie sie sein sollen. An manchen Stellen richtig betont stark, besonders wenn Ezreal mit seinem Schwert auftaucht, wenn im Hintergrund alles in Flammen aufgeht. Aber sie können auch dezent, leicht sein, wenn zum Beispiel wichtige Gespräche stattfinden oder wenn einfach eine kühle Stimmung rüberkommen soll. Ich will jetzt aber auch nicht zu nah darauf eingehen. Ihr könnt auch noch mal beim ersten Video vorbeischauen. Dort sage ich noch ein bisschen mehr dazu. Wie gesagt, die Zeichnungen unterscheiden sich nicht. Aber dafür kommen wir jetzt zum Positiven. Positiv ist an erster Stelle für mich, ähnlich wie beim ersten Band, sind die Zeichnungen und diese ganze Idee von diesem Universum. Ihr solltet auf jeden Fall den ersten Band davor gelesen haben. Es ist nicht so, als wäre das quasi eine Anthologie, dass ihr egal welchen Band einzeln lesen könnt, ihr müsst auf jeden Fall den ersten davor gelesen haben. Habt ihr das aber getan, habe ich selten, vor allen Dingen bei Comics sogar, einen zweiten Band gelesen, der so gut auf den ersten aufbaut, ohne ihn irgendwie entweder unwichtig oder zunichtet zu machen. Alles, was im ersten Band passiert, ist immer noch genauso heftig und wichtig, wie das, was im zweiten Band passiert. Und es fühlt sich wirklich an, als wäre das quasi eine logische Reihenfolge. Weiterhin positiv ist, wie gesagt, der ganze Aufbau des Bandes. Er ist lang, aber Sean Murphy schafft es trotzdem, konstant Spannung zu halten, bringt richtig gute Plottwists rein, die einem ja nicht wie vor Arsche vorkommen oder ein bisschen sinnlos. Nein, es sind echt coole Twists, coole Wendungen, coole neue Charaktere, die man so vielleicht sonst auch nicht sieht. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen zu Negativen. Ja, was habe ich wirklich Negatives zu sagen? Eigentlich nichts. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ihr nicht gerade keine Lust habt, den ersten Band zu lesen, dann ist dieser auch nichts für euch. Oder wenn euch der erste nicht gefallen hat, dann wird euch dieser auch nicht überzeugen. Denke ich zumindest nicht. Aber wenn ihr einfach ein Fan von der Idee seid, vom ersten Band, dann denke ich, wird dieser Band euch mindestens genauso gut gefallen. Klar, jetzt könnte man die Diskussion eröffnen, welcher Teil euch besser gefällt. Aber für mich persönlich, und ich weiß, dass Nerdman diese Meinung auch teilt, ist dieser zweite Teil sogar noch besser als der erste. Und schon sind wir beim Abschluss. Und ich will mir den Ranken nicht aufhören, aber ich will das System ändern. Ich möchte ihn nicht mehr von 1 bis 10 bewerten, sondern nur noch von 1 bis 5. Dazu kurz die Aufklärung. 5 ist ein absoluter Must-Read für mich. Die 4 ist sehr gut, muss aber nicht jeder gelesen haben. 3 ist für Fans, also immer noch empfehlenswert. 2 nur unter bestimmten Bedingungen, also ihr müsst wirklich extremer Fan sein, oder ihr kriegt es günstig und so weiter. Und 1 ist einfach, das Geld lohnt sich nicht. Nur wenn ihr absolut müsst, um eure Sammlung zu vervollständigen, sonst verzichtet lieber drauf. Und Batman Curse of the White Knight bekommt von mir, wer hätte es gedacht, eine 5. Im Nachhinein müsste ich den ersten Band jetzt nochmal so bewerten, würde ich ihm, glaube ich, eine 4,5 geben, beziehungsweise auch eigentlich immer noch eine 5. Aber dieser Band hat mir persönlich noch besser gefallen. Ich sehe eigentlich wirklich kaum, eigentlich gar nichts Negatives daran. Er hat mich von der Story überzeugt, von den Zeichnungen überzeugt und besonders von den Charakteren überzeugt. Ich hatte davor nicht viel Kontakt mit Ezreal, aber besonders hier hat er mir wirklich, wirklich gut gefallen und ist als wirklich überzeugender Charakter rübergekommen. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass der Ezreal hier sich doch stark von dem im normalen Universum unterscheidet. Trotzdem, das war es zu diesem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier oben könnt ihr noch zum letzten Video springen und in den Kommentaren würde es mich freuen, wenn ihr doch mal erzählt, welche Teil euch besser gefällt oder ob es euch gar nicht gefallen hat, beziehungsweise ob ihr es noch gar nicht gelesen habt. Aber sonst war es das erstmal von diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao. 。